Automatisierung ist nicht nur mit Roboter arbeiten, sondern für mich, ich sehe es auch so, dass ich ein ERP-System dahinter habe, in dem ich sehe, wie die Abläufe sind und wo gerade meine Teile sind. Wenn der Kunde anruft, dass ich ihm genau sagen kann, dein Teil wird jetzt gerade gelasert, abgekantet. Das ist für mich auch schon Teil der Automatisierung. Untertitelung des ZDF, 2020